Hey! Wie ihr wisst, kommt nächste Woche am 9.7. unser Album raus. Die CD könnt ihr für 9,99 Euro erwerben. Dazu uns einfach auf Instagram oder Facebook anschreiben oder ganz oldschool bei unseren lokalen Kneipen vorbeischauen, nämlich zum Beispiel im Kingsroad Pub in Dillingen, im Spitzbur on Tour in Dillingen, in Rackstedt, im Drixies, ganz wichtig, vorbeischauen, in den Nersingen, im Rocks. Da könnt ihr unsere CDs erwerben für 9,99 Euro. Bis dahin, Pre-Safe-Link klicken und wir sagen Rock on! Und wir sagen Rock on Tour in Dillingen, in Rackstedt, im Rackstedt, im Rackstedt, im Rackstedt, im Rackstedt, im Rackstedt, im Rackstedt.